Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich konnte heute endlich mein Zimmer umdekorieren. Die Displays sind da, danke Leute. Und jetzt auch gar keine große Werbung. Es wird einfach so im Zeitraffer vielleicht nebenbei laufen oder auch nicht, keine Ahnung. Heute richtig geiles, spannendes Thema. Geil, weiß ich noch nicht, aber spannend auf jeden Fall. Und das möchte ich euch gerne präsentieren. Und es ist ein bisschen kompliziert, deswegen versuche ich das. Ich habe mich jetzt insgesamt zwei Stunden heute eingelesen über die Thematik. Und es ist kein Clickbait, sondern 1 zu 1, was im Titel steht. Scampi und Hex. Bei Scampi brauche ich euch wahrscheinlich nicht erklären, wer er ist. Wahrscheinlich einer der größten und besten COD-Spieler der letzten 15 Jahre. Immer noch Mit-Owner und mehr oder weniger komplett involviert in Optik Gaming. Und dazu Hex. Hex ist eigentlich der Inhaber von Optik und Mitbegründer und Geldgeber und Organisator. Und eine super, super wichtige Person, was Optik angeht. Was Call of Duty angeht. Was die Franchise generell angeht. Und die beiden haben sich zusammengetan und haben Activision verklagt. Diese Klage ist jetzt gerade gestartet worden. Jetzt muss man sich vorstellen, dass Optik, Scampi, der jetzt ja retired ist. Der jetzt zwar aktiv nicht mehr bei der CDL spielt. Also bei der Competitive Call of Duty Liga. Aber eben immer noch bei Optik involviert ist. Immer noch COD-Content macht. Die Watch-Partys von Optik haben einfach mehr Zuschauer als die Übertragung von Activision selber von den Turnieren. Und da gab es die letzten Monate schon eine Menge, eine Menge Ärger. Unter anderem, dass eben Activision die Rechte an der CDL-Liga fürs Übertragen teilweise von Twitch weggenommen hat. Teilweise zu YouTube rübergegeben hat. Dann haben Leute wie Scampi gesagt, nee, nee. Unsere Zuschauer sind auf Twitch. Wir wollen es auf Twitch weiter, dass es da gesehen wird. Da fing das schon an, dass da wirklich viel Ärger kam. Und das endete jetzt eben in dieser Lawsuit gegen Activision. Und ich versuche euch so genau wie ich es kann zu erklären, was Hex und Scampi eigentlich von Activision wollen. Hex und Scamp sind der Auffassung, dass die CDL-League, deren Inhaber ja einzig und allein Activision ist, eine Monopolstellung ausübt. Sprich, alle Entscheidungen, die Competitive COD angehen, werden einzig und alleine von Activision getroffen. Es ist nicht erlaubt, ein Konkurrenzprodukt auf den Markt zu bringen. Es ist nicht erlaubt, dass die Teams oder auch einzelne Spieler in irgendeiner Art und Weise negativ über Randaspekte oder Aspekte von Call of Duty sprechen. Und das ist etwas, was vor, ich glaube, zwei Jahren schon mal Thema war. Da hat Scampi öffentlich nach einem CDL-Turnier, da sind sie irgendwie ein bisschen vorher ausgeschieden, über die unprofessionelle Vorbereitung seitens Activision mit den Entwicklerstudios für die CDL-Liga gesprochen. Das war nämlich der ausschlaggebende Punkt, dass ein Tag vor dem, ich glaube, das war ein Major-Turnier, also ein großes Turnier bei denen, ein Tag vorher kam ein Gamepatch online. Mit dem Gamepatch mussten sie an dem Turnier teilnehmen. Und der Gamepatch hatte unfassbar viele Änderungen an Waffen, Recoil, Schaden und, und, und. Und die Teams hatten auf professioneller Ebene einfach keinerlei Chance, sich darauf vorzubereiten. Und ich bin kein riesiger CDL-Fan, weil ich finde Competitive cool, aber ich gucke es jetzt nicht so häufig. Man muss bedenken, dass die Teams, die da um Millionen von Dollarn spielen, natürlich wochen- und monatelang Setups vorbereiten, Klassen vorbereiten, Laufwege vorbereiten, alles ist aufeinander abgestimmt. Es ist professionell, es ist nicht einfach das, was wir alle machen, ein bisschen Public durch die Gegend ballern, Spaß haben, mal ein Callout geben und fertig. Jeder Callout ist aufeinander abgestimmt. Jeder entscheidet über sein Gear, über sein Setup vorher. Jeder weiß ganz genau, wie viel Schaden, welche Kugel auf, welche Entfernung auf welchen Spieler macht. Und wenn so ein Major oder so ein großes Update ein oder zwei Tage vor so einem Turnier kommt, sind all diese Planungen hinweg und keiner hat mehr Chance, sich vorzubereiten. Dazu kommt, dass die Teams ja aus verschiedenen Orten der USA kommen und dann ja gemeinsam alle aus, keine Ahnung, aus Chicago, aus New York, aus sonst was, dass die ja in der Regel dann sogar, wenn sie für diesen einen Start spielen, eben auch anreisen. Das heißt, wenn ihr dann noch Anreise dazu nehmt, Vorbereitung, Schlafen, Essen, Pressetermine und, 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 das ist ja ein Millionen-Business dort, dann ist da keine Zeit mehr, sich auf so ein Update vorzubereiten. Das ist natürlich maximal unprofessionell. Das ist, als wenn, keine Ahnung, das ATP-Turnier ist und es spielt Djokovic gegen Nadal im Finale und zwölf Stunden vor dem Finale kommt die ATP und sagt denen, ja Jungs, die Tennisschläger sind ab jetzt 30 Zentimeter kleiner, 10 Zentimeter breiter und wiegen 8 Kilo mehr. Viel Spaß beim Spielen, das wird schon. Natürlich würde das Chaos verursachen. Und da geht das Ganze los, dass die eben in dieser Lord's-Suite sagen, Activision entscheidet eigentlich alleine. Keiner ist berechtigt, seinen Mund aufzumachen. Keiner ist berechtigt, auch nur zu überlegen, ob vielleicht ein anderes Produkt, ein Konkurrenzprodukt, etwas Besseres als die CDL möglich ist. Dazu kommt, Activision hat eine Menge Kohle verdient, indem sie vor ein paar Jahren anfing, die Spots in der CDL-Liga für Millionen von Beträgen zu verkaufen. Ihr wollt in der CDL-Liga mit eurem Team antreten? Ihr müsst euch euren Spot erkaufen. Und wenn ich sage, erkaufen, kann ich euch mal zeigen, was diese Spots eigentlich kosten. Wenn man sich das hier mal anguckt, dann werdet ihr wahrscheinlich vom Stuhl fallen, die es nicht mitbekommen haben, aber als ich die Summe damals gelesen habe, bin ich auch wirklich einfach komplett, also ich war komplett überfordert. Wenn ihr euch in der CDL-Liga einkaufen wollt, braucht ihr die Genehmigung von Activision. Ihr könnt nicht einfach mit eurem Geld ein Team dort reinsetzen, Geld zahlen und fertig ist. Das Ganze kostet 25 Millionen Dollar. Und wenn ihr euch dann jetzt einmal ganz entspannt anguckt, hier, das wollt ihr mit Sicherheit nicht sehen, was so die Earnings sind. 25 Millionen. Und dann gucken wir uns das hier mal an. Das sind jetzt die Earnings, die eben die einzelnen Spieler haben. Und dann guckt man sich einfach mal so an, was die einzelnen Spieler an Earnings eigentlich haben, also an Gewinn oder an Preisgeldern, um zu sehen, dass selbst die Top 10, und hier haben wir Formel, Scum, Clayster, wir haben Sim, wir haben Bizi, wir haben wirklich die Creme de la Creme, sind wir bei knapp 1,5, 1,4, eine Million Dollar. Das ist das, was die einzelnen Spieler verdienen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Orgas dahinter nicht annähernd an diese 25 Millionen rankommen, selbst wenn sie jedes einzelne Jahr die CDL-Liga komplett gewinnen. Und das hat bisher kaum eine Franchise über einen langen Zeitraum eigentlich geschafft. Weil eben auch die Spieler aus den Verträgen rauskaufen. Ist wie beim Fußball eigentlich, da gibt es Transfers, es gibt Trades, es gibt Entlassungen. Das heißt, das, was Activision allein durch die CDL-Liga verdient, plus die gesamten Rechte, die sie besitzen, plus das, was sie eben für die Spots ausgeben müssen, die Leute. Das ist aber noch nicht alles, warum gerade Hex komplett am Rad dreht und sagt so und nicht weiter. Er wurde nach seiner Aussage und der Aussage von seinen Rechtsanwälten von Activision dazu gezwungen, seine Anteile an Optik Gaming zu verkaufen und mit Envy Gaming, einem Competitor mit Optik zusammen, um in der CDL-Franchise drinne bleiben zu können. Und hier wird dann eben darüber geschrieben, dass Activision zuerst gesagt hat, wenn du den Spot kaufen willst, 3 Millionen Dollar musst du uns nachweisen, dass du es übrig hast. Hat er getan. Kurze Zeit später sagt der Activision, ne, 3 Millionen reicht nicht. Hex, wir bräuchten eine Sicherheit, dass du 10 Millionen Dollar parat hast. Und auch die 10 Millionen Dollar hat Hex nachgewiesen und gesagt, hab ich. Und dann hat Activision gesagt, das reicht uns immer noch nicht. Du bist als Typ, als Mensch, als Identifikationsfigur für uns nicht in dem Ziel, was wir gerne hätten. Wir stellen dir feste Partner an die Seite. Wir zwingen dich, diese Partner in dein Business aufzunehmen, die, das könnt ihr euch vorstellen, natürlich sehr eng bei Activision mit drin sind und wahrscheinlich auch sehr fest zu denen gehören. Das heißt, ihr werdet für eine Geschäftstransaktion, wo andere diese Voraussetzungen nicht hatten, gezwungen, andere Investoren mit bei euch reinzunehmen, die plötzlich bei euch Mitspracherecht haben, Dinge entscheiden können und, und, und. Und das hier ist ein Artikel von Dick Serto, den werde ich euch unten in die Videobeschreibung verlinken. Hier steht es eigentlich perfekt. Das heißt, Activision hat nach all diesen Fülle-Funds ihm gesagt, entweder arrangierst du dich damit, dass wir für dich entscheiden, mit wem du hier bei uns den CDA-Spot kaufen behalten darfst, oder du packst deine Sachen und verpisst dich einfach. Und zum Schluss sagt dann eben noch der Artikel, und das ist das, was ich auch aus der Lawsuit rausgelesen habe, wenn ihr auf Charlie Intel geht, bei Twitter könnt ihr es auch nachlesen, wenn ihr Englisch sprecht, ist es nicht so schwierig für euch. Dadurch, dass er gezwungen wurde, Anteile abzugeben, endete es darin, dass er über 90% der Anteile, die er an Optic Gaming innehatte, abgeben musste, an Investoren, die Activision ihm aufgezwungen haben, weil sie ihm die Pistole in den Kopf gesetzt haben. Und er sagt, dieser Merch mit Envy Gaming und der Verkauf seiner Anteile wäre alles gar nicht so gewesen, wenn Activision nicht solche absurden Forderungen gestellt hätte, die andere Orgas nicht hätten akzeptieren müssen. Activision hat dann einmal ganz kurz Stellung dazu bezogen, natürlich außergerichtlich aktuell, das Ganze wird jetzt in den USA vor Gericht in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten mit Sicherheit große Wellen schlagen. Activision kennt sich ja mit Lawsuits mittlerweile aus. Und ein Pressesprecher von Activision hat im Prinzip nichts anderes gesagt, als Mr. Rodriguez, also Hex und Mr. Ebner, Seth Ebner, Scump, fordern von Activision mehrere Millionen Dollar Entschädigung und dass dieser D rückgängig gemacht wird. Natürlich sind wir dagegen, wir haben nichts Falsches getan, bla bla bla. Auf der einen Seite muss ich ja ganz ehrlich sagen, sympathisiere ich sehr damit, dass Activision mal wieder von allen Seiten Flank und Hass und Sonstiges bekommt. Und dass nichts anderes erlaubt ist, als die CDL-Liga ist eine halbe Diktatur, eine halbe Monopolstellung. Da brauchen wir nicht drüber reden, das geht nicht. Und natürlich auch nicht, dass für den einen Owner andere Anforderungen als den anderen gelten. Das ist diskriminierend. Und natürlich hat Activision das hier gemacht, weil Optic Gaming mit Hex und Scump und wie sie alle heißen, natürlich schon seit Monaten und Jahren eher Problemkinder für Activision sind. Weil sie offen darüber sprechen, was nicht richtig läuft. Weil sie offen darüber sprechen, was besser gemacht werden muss. Weil sie Ideen haben, die sie einbringen wollen, aber nicht dürfen und das öffentlich machen. Auf der anderen Seite sagt Hex eben auch, er hatte gar keine Zeit, diesen Deal, den er dann eingehen musste, überhaupt in Ruhe durchzulesen und zu prüfen. Und da weiß ich nicht, ob er damit durchkommt. Denn wenn ihr Verträge unterschreibt im Business, da geht es um mehrere Millionen Dollar und um Zukunftsentscheidungen, ist es eure Sache eigentlich, sicherzugehen, dass diese Verträge, die ihr unterschreibt, 100% von euch gelesen werden. Ihr könnt nicht Monate oder später oder Jahre später einfach behaupten, naja, ich konnte es nicht lesen, ich konnte es nicht verstehen, es war zu schnell, es war zu viel Druck. Das wird schwierig nachzuweisen sein, dass Activision eine absolute Monopolstellung hat, was CDL angeht und die Teams zum Beispiel auch nicht bei anderen Turnieren einfach so teilnehmen dürfen, ist aber etwas, wo ich durchaus Chancen sehe, dass sich hier eventuell in Zukunft etwas ändern könnte. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Ich werde euch absolut weiterhin darüber informieren, was dort passiert, ob da was Neues geschieht und, und, und. Und ich hoffe, Leute, dass ihr ein Like da lasst, dass ihr ein Abo da lasst. Ich hoffe, ihr habt verstanden, um was es geht. Und schreibt mir eure Meinung gerne rein, weil ich habe das Gefühl, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten, was Activision angeht und, und auch Microsoft als Owner, wir werden da noch einige Sachen bekommen, die wir jetzt aktuell noch gar nicht sehen. Und das Beste, was uns als Gamer passieren kann, ist, wenn Leute sich gegen Activision auflehnen und sagen, so und nicht weiter. Und wenn es jemand kann, dann sind es die professionellen Teams, die mit sehr, sehr viel Geld gesegnet sind, Gott sei Dank, die die Möglichkeit haben. Und das Beste,